heute ist der 25 4 16 uhr 28 genau hier mit meinem smartphone einige sensible daten brauche mich und ich sage den ersten online schwur datenschwur ich schwöre zeiten und wandel besteht die datei tue es ihm gleich mein internetwork auf englisch times and changes survive the data do the same my internetwork das war mein online schwur für die ewige datei cracker info ewig möchte ich noch sagen das war cracker info ewig für die seite 3.krk.info oder net und berr und net suchen auf 3.krk.info ich verlinke da unten auch die den text der zu einem scharmitzel führte aber eine sagenhafte musik birgt ja sei so die ewige datei cracker info ewig verlinke ich auch noch an das seitenende von net berr suche auf 3.krk.info gehabt euch wohl in liebe